Ja, es kommt alles auf die Bezahlung drauf an. Ich hab gesagt, die sollen in 10 Minuten laufen. Die werden bestimmt schon wieder 3, 4 Stunden. Komm, Schatz. Zeig mal, du bleibst bitte hier. Willmchen, du bist ein Trampeltier. Komm her, Baby. Fein, bleibst du stehen. So, komm her. Ich muss nur organisieren. Ich hab gestern in die Stuten den Schweif gekämmt. Komm, Willmchen, weil unbedingt, das ist ja auch die Mähnebürste. Hab ich gesagt, das müssen wir die Tage in Ruhe machen. Hab nur ein bisschen gebürstet. So, also, Willmchen, vorweg. Eigentlich geht Püppi vorweg. Aber Püppi und Wimchen, ich hab jetzt mal aufgelassen, ne? Ich sieht dann, grinst. So seht ihr auch aus. Überall so. Ja. Meine Gang, ich und meine Gang. Meine Truppe. Ja, Willmchen, rennt vorne weg. Dann kommst du nicht unter die Hufe. Normal geht Püppi immer vorne weg, weil siehst du die Leitstute. Und dann ist sie friedlich. Aber mit Willmchen muss Willmchen auch vorne weg. Nein, nicht hinter ihr. Die muss in ihre Rolle einfügen. In ihre Rolle einfügen. Meine Güte. So. Ihr könnt jetzt einmal fressen. Willmchen. Langsam. So, komm, tschüss. 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 Ach, Püppi. So. Nein, nein, nein. Nicht da rein. Nein, nein. Das ist nicht deine Box, Schatz. Das ist nicht deine Box. Aber euch ist bestimmt zu warm. So. Hopp. So. Einmal da. Okay? So. Die Decke ist runter. Die kann fressen. Was gefressen für? Heute wird schon echt warm, ne? Ja. Ja. Okay. hier. So. So. Der Pony. Oh, der ist gut. Ich muss gleich aus dem Auto holen. Das macht nichts. Wer ist das? Das ist eigentlich einfach, weil Annie und Püppi sind lila. so. So. Und die schmeißen wir in den Egg Carry. So. 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 Wie zuerst? Wie zuerst. Aber du darfst noch nicht mit. Du musst noch ein bisschen größer werden. Du hast so viel Zeit eingeplant auf dem Turnier. Sonst wird doch wieder alles stressig. Wer kennt's? Heieiei. So. Aber jetzt packen wir die Damen. Jetzt laden wir die Damen auf. Und dann geht's los mit unserem Abenteuer. So. Die müssen wir gleich noch in die Sattelkammer schmeißen. So. Komm jetzt. Heiei. 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 Zurück. Ja. Kann ich mal aufhören. deinen Kopf da durchzustrecken. Dankeschön. So. Bei Ende machen wir uns jetzt ein bisschen größer das Ganze. Blub 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 blub. Dankeschön. Freundliches Gesicht. Reiten macht Spaß. Ja. Ja. Fein. So. So. Danke schön. Oh. Keine Maß. Hüppi. Hüppi. So. Hallo. Ist das doof? So. Ein zahniger. Hüppi. Und dann gehts. Finger weg. Und jetzt. Jetzt. Aua. Oh. das kommt hier an die seite okay dann habe ich alles diese da ich sie nicht schon will sie die nicht drauf lassen wir das abladen Ja, aber vorne kann man ja schon bandagieren. Ich bandagiere dich vorne schon fertig. Okay, kommst du da hin? Ja. Der hängt da immer. Komm, Eni. Ja, zwei Sachen auf einmal. Komm, langsam. Langsam. Ja. Oh, haben wir irgendwo noch eine... Minenbürste. Eni. Nein, 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 nein. Wir sind noch nicht fertig. Hier geblieben. Ja, dann hol sie runter. Nehmen sie mit, nehmen sie mit. So drauf, wir müssen uns beeilen. Ja. Das ist gerade eine andere Tür hier. Fuhl mal kratzen. Laura, kannst du die große Kamera damit nehmen, solange? Ja. Okay. Okay. Hä? Das sehe ich ja. Die ist nur geritten, weil ich geritten bin. Die hat sich nicht alleine getraut. Wenn du kurz wartest, komm ich mit. Kämm dir einmal... Halt mal bitte. Das kämmt man aber nicht so von unten. Kannst du ja nochmal mitnehmen, können wir gleich nochmal drüber kennen. Anyway. Hast du Sinn? Warte, ich nehme dich mit. Guck mal, ich mach sonst gleich die Grätsche. Warte, ich mach sonst gleich die Grätsche. Tschüss...